willkommen heute bei funquad24.shop heute sind wir live im empire in limburg wir haben jetzt die coolen heavycan quads etwas promotion machen und wir werden natürlich mit dem empire noch viel viel mehr machen empire ist in limburg in staffel das auch wiederum eine größere disco mit drei oder vier verschiedenen areas richtig cooles ambiente wir haben einmal das coole camouflage und hier einmal das blau deswegen können so dann auf ein zahlreich erscheinen heute im empire tschüss euer money